Was hat's jetzt gebracht? Geh doch mal irgendwo an das Ding fahren. Jetzt mal ohne Spaß. Mach ich doch. Fünf Meter Entfernung. Alter, wie krass ist das denn? Ich bin pingelig, was das angeht, sorry. Ah, ja. Und er räumt wieder seine Dreckskisten durch auf. Was für? Ja, guck mal, da sind fünf, weil es da irgendwie anders so toll ist. Ja, okay, gut, das ist, das stimmt, das hab ich nicht so viel, hab ich einfach nur reingetan. Ja. Ja, 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 hm, stimmt, was denn? Ach, da fällt mir grad was ein. Das könnten wir gleich, damit gehen. Ach! Ah, das sieht gut aus. Was? Mit den Blumenkästen da. Ich weiß. Ah, das sieht gut aus. Ah, ja, jetzt sind wir hier. Jetzt ist aufgegangen, so weit, so gut wie es ging. Zeig. Ich muss sagen, mittlerweile, äh, finde ich mich doch irgendwie überhaupt nicht zurecht in meinem Haus. Mal noch nicht. Nein. Okay. Wozu haben wir eigentlich hinten den anderen Raum gemacht? Äh, das sollte mal irgendwas rein. Soll man nicht die Trennwand in der Mitte die Wand wegmachen, dann haben wir einen großen Raum. Na, ich mag Trennwände. Ich mag Trennwände. Ich mag Trennwände. Wie das klingt. Ich mag Trennwände. Ich mag Trennwände. Nein. 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 Schade. Ich mach da hinten einen Naturbuch rein. Ich wollte uns nämlich ein Portal bauen, aber das geht nicht. Wie willst du denn das machen? Eher mit Obsidianen? Ja, wir haben aber keinen. Ja, deswegen wollte ich ja welches abbauen gehen. So. Aber das geht nicht. Das geht wohl, oder? Warte mal. Ja, bei der nächsten Minentur, oder? Ja, genau. Dann könnte ich das ja schon mal so machen. Die bleibt dann erstmal für uns alle gemeinsam. So, die tue ich jetzt in die Werkzeugkiste. Hier. Da ist eine Diamantkiste drin in der Werkzeugkiste. Äh, Diamantspitzhacke. Ja. Nicht alle Diamanten verschwinden als deutsche Decke. Wo sind denn noch? Ach, du bist da. Oh. So, ich mach mal wieder einen Dienst machen, kurz. So. Was machen? Warte mal, ich geh mal erstmal den Baum da weg, machen. Au. Au. Ich glaube, das ist vorbei. Nein, so, so, toll. Ja, war ja klar, dass ich nichts dabei habe. Hm? Auch nichts. Ah, ankratzt. Ankratzt, musst du jucken. Äh. Ich muss mich nicht denken. Ja, das war ja so dämlich. Und nach oben, komm, hopp, 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 jetzt stirbt sie gleich mal. Okay. Wer stirbt wann? Und dran. Nein, naja, niemand stirbt. Noch nicht. Noch nicht. Warte, fuck, wieso nur eine Erde? Nein, geh doch nicht unter Erde, Mann. Was machst du? Den Baum weg. So. Hau mal. Aua. Ich spring einfach überall runter. Ja, solange du sterben, ist das ja kein Thema. Ich sterbe aber nicht. Ja, ja, das ist mir schon klar. Weil kein bisschen Rüstung ist kaputt. Doch, ich hab dafür Rüstung kaputt, aber nicht so tragisch. Was hast du gesagt? Ich sag, ich hab Rüstung kaputt, aber ist nicht so tragisch. Hm? Ist schon komplett kaputt. Nein, zwei Rüstung, zweieinhalb von diesen Rüstungszeichen da. Ja, das ist, weil du keine Dia-Rüstung an hast. Ja, ja. Ja. So, wieder Holz. Drop an Holz. Ja. Sag mal. Hä? Oh. Was wird das, bitte? Wenn's fertig ist? Ja. Wirst du sehen. Okay. Ich muss jetzt nur hier die Holzstücke, weil sonst die Kayn mit dir und die Dinge. Dann bin ich mal gespannt, was das wird. Hm. Das ist eine Lügekunde. Das sieht echt komisch aus. Da muss noch ein wegmachen. Wo? Jetzt weg. Achso. Jetzt hab ich den weggemacht, obwohl du denn nur halten möchtest. So. Ähm. Ups. Ah. Okay. Ähm. Ich hab keine Ahnung, was das wird. Wirst du schon sehen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Au. Mann, muss das direkt hier unten sein. Hahaha. Gott. Ja, anscheinend. Siehst du ja. Ja, hat mir helft. Ich springe jetzt noch wieder runter. Ja. Hat was. Why not. Genau. Okay. Und da oben ist er, ja klar. Ach so. Ist mir so klar. Ich kann da mal ein bisschen nochmal auf Esszusuche gehen. Ah, ne. Ich geh mal eben kurz hin so. Farm ein bisschen abweizen. Äh, abfarmen. Abweizen. 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 Ich geh so abweizen. Jo. Abweizen. Ja, das war nicht so super. Was hat er denn gesagt? Abweizen. Abweizen. Ja, jetzt geht's. Abweizen. Zuliebine. Dich. Witz. Schupt. Prost, Leute. Super lach und把 Kuss im Kumpelsлуч sonnistisch. Der Kempel. Nicht. Bach, Zombie. Bach. von mir und nicht so wie ein immer ja genau das mache ich nicht fahren und mal ein bisschen kommt und er hat und so weiter so jetzt an den spirituellen raum gut obwohl ich mache dann an das Bild gut an den spirituellen raum nur er hat natürlich so als hätte der ersten Schuss nö das und dann muss denn wollen gehen oder Kompasserei und da auch der Zombie das Zombie-Geräusch Jawoll Zombie-Geräusch kommt hier Nein Nein es wird nahe weg zum Nied Etwettnacht ja etwettnacht ach so du meinst ich soll nicht zubekommen etwettnacht nur ich komme etwettnacht ich komme ja etwettnacht ich komme ähm etwettnacht ähm schon auf dem Weg noch nicht tschuldige na du bist noch nicht mal fertig ich hab ja nur gesagt es wird man nicht mehr um auch da kommt man durch jetzt ist die tue er ist noch nicht fertig ok es wird nacht es wird nacht es wird nacht scheiße jetzt hab ich nur noch mal geöffnet ähm ich mag Züge magst du Züge ich mag Züge nein ich sag ach ja richtig haha ach ja richtig haha stimmt ja das war ja dein Bett hoppala komisch vergessen wie kommt das denn wohl ich bin Prozent ich magst du Züge in der Gott wir können noch Stunden aufnehmen nun du nicht zum Kuiper wo kommst du her Junge wo war der Eingang weggesprengt nein war das nichts schlimmes war das nichts schlimmes wo warst du weg ich ich hab gehört das mag ja sein ist auch explodiert wo war das komm mal zum Strand dann direkt zeig ich dir Ja, genau. Da ist Eisen. Das hab ich auch gesehen. Hab ich, baus ab. Gut. Könnten wir unten auch sowas in einen kleinen Raum einrichten, wenn wir hier machen. Zack. Die Bistel. Ah, was möchte ich jetzt gehen? Bin draus noch eine Mäze. Stirb. Bin draus noch eine Mäze. Oh, Mäze. Oh, Mäze. Oh, Mäze. Das war nur eine Oktopusie. Ein Oktopusie. Sechs tun dein Oktopusie. mehr Zeit vom Kaktus Kaktusen Kaktusen ja das hat mich auch nicht denkt dann ja Frauenverachtend? Nein ich doch schon nicht ich meine Matsch ich komme da ja also ich das ist schlimm das Leben heutzutage die Jugend das Leben ja du sagst es weißt du was in zwei Minuten in zwei Minuten haben wir eine Stunde fünfmalig aufgenommen dann können wir theoretisch von da an mit einem anderen Trump Mail und zwar Hölle Völkamp Mail ja soll man was machen? ok stoppen wir dann die Audios alles mal kurz ja ne ja stoppen wir dann ok ja ähm kommst du dann hoch wir haben nämlich nur ein paar Sekunden eine halbe Minute noch äh komm mal äh ja Leute ich verabschiede mich ähm wo bist du? ich verabschiede mich schonmal von euch ähm in dem Eingang hier welchen? im Ausgang wo du gerade rausgegangen bist achso ja dann warte ich komme mir entgegen ich bin gleich mit deinem Beiz hi hier komm her ok äh ja Leute mhm ich würde sagen wir sind dann äh aus dieser Folge raus genau äh ja Leute liken Daumen hoch abonnieren favorisieren so ne willst du noch was sagen? äh tschö mit Öl ja ich sag nur noch dat hier äh ich mag Züge du magst Züge mua ha ha hi hi miau äh ja tschö Leute tschö